Und damit pfeift er die zweiten 45 Minuten an. Na, jetzt müssen Sie aufpassen. Könnte der Ausgleich werden. Und er macht ihn rein, Ausgleich. Eine super Aktion, Sie sind wieder drin im Spiel. Schauen wir mal, was noch alles passiert. Und mit diesem Tor ist das Spiel auch auf der Anzeigetafel wieder ausgeglichen. Eine enge, eine spannende Partie. Er zieht ab. Wahnsinn. Direkt der nächste Treffer. Zwei Tore innerhalb. Und schauen Sie sich diesen Jubel an. Die Gäste werden wechseln. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Der Pass kommt an, da ist er heute extrem sicher. Ja, könnte was werden. Der Ausgleich. Jetzt wird es hier spannend. Das ist natürlich klasse für die Zuschauer daheim. Das ist eine richtig interessante Partie. Donnerwetter. Die Führung hat ja nicht so lange gehalten. Ob Sie da nach dem eigenen Treffer noch nicht wieder ganz bei der Sache waren. Auf jeden Fall das Spiel jetzt wieder ausgeglichen. Den Ausgleich haben Sie sich wirklich verdient. Ein richtig gutes und ausgeglichenes Spiel. Ganz sicher. Auch dieser Ball kommt an. Ballverlust. Kann er was draus machen? Jetzt ist der Platz da. Wie macht er den denn rein? Er ist erst seit ein paar Minuten drauf und schon macht er die Bude. Da hat sich der Wechsel gelohnt. Das ging schnell. Wieder ein Tor. So kann es gehen. Zweimal nicht konsequent genug und schon kassierst du den Doppelschlag. Eine enge Kiste. Und das, obwohl wir schon sieben Treffer gesehen haben. Wer weiß, was noch alles passiert. Toller Pass. Das Tor wird hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können Sie jetzt Ihr Spiel aufziehen. Noch ein Treffer. Wahnsinn. Dabei haben sie doch gerade erst getroffen. 5 zu 3 jetzt also. Ja, was ist denn hier heute los? Schönes Zuspiel. Und Tor! Sie legen nochmal einen drauf. Ganz starker Auftritt von Ihnen. Sie lassen einfach nicht nach. Ich glaube, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich hier jetzt von der Entscheidung spreche. Gute Aktion. Und jetzt die Chance. Ein fantastischer Treffer. Der Kerl ist on fire. Das war schon sein drittes Tor im heutigen Spiel. Eine rastige Partie. Viele Tore. Viele Tore. Viele Tore auf Szenen. Unglaublich gut zu gucken. Da wäre Platz für den Konter. Er spielt den Pass auf den Flügel. Jetzt ist es gefährlich. Das macht er draus. Stark gemacht. Das könnte was werden. Da gibt er Freistoß. Gute Möglichkeit. Was für ein... Der Pass. Nichts zu halten hier. Das war nicht schwer für ihn. Aber da musst du eben auch erstmal richtig stehen. Da siehst du natürlich nie so gut aus bei einem Eigentor. Aber was willst du da machen? Du willst ja irgendwie das Gegentor verhindern und dann passiert es. Das ist eine beruhigende Führung für Sie. Klasse Pass. Da hat er Platz. Jetzt die Flanke. Schöne Flanke jetzt. Große Freude kommt da jetzt nicht auf. Ja, aber nachvollziehbar. Rückstand ist so deutlich. Ich glaube auch nicht an das Wunder. Dieses Spiel ist ein Highlight für die Zuschauer und die Offensivreihen beider Teams. Guter Pass. Na, jetzt müssen Sie aufpassen. Was für eine Chance. Tor. Jetzt sind Sie fast dran. Ist es denn zu glauben? Eben entschieden. Eben schön. Eben entschieden. Eben. dieser doppelschlag was geht hier noch und bei der nächsten unterbrechung wird hier gewechselt jetzt wird es gefährlich kurzer blick zur uhr viertelstündchen haben wir noch klasse pass die fände ersetzt sich durch und jetzt können wir werden unglaublich sie sind wieder drin in der partie was bleibt das spiel ist die ganze zeit auf augenhöhe und jetzt treffen sie auch noch zum ausgleich sieht gefährlich aus klasse einsatz aber kommt auch an den ball er schießt ganz knappe nummer ich weiß nicht ob das nicht doch gleich die höhe war hartes einsteigen aber vorteil kein viel spiel geht erst mal weiter und jetzt sind noch acht minuten zu spielen mit viel auge holen sich da den ball klasse jetzt kommt der schuss das war eine klasse gelegenheit ganz knapp und jetzt sind es noch fünf minuten fünf minuten zeit also für in den freien raum so die chance super einsatz vom torhüter ecke das ist die chance auf die späte führung er hat den ball ja aber die parade vorher die war sensationell das sieht man sehr selten also der torhüter startet erst mal ein solo könnte jetzt was werden da verlieren sie den ball gibt es hier noch einen sieger das ist die frage kurz vor dem ende aktuell steht es unentschieden da geben sie den ball ab so wird das mit der konterschance natürlich nichts das dürfte die letzte gelegenheit sein treffen sie und gewinnen sie das spiel ball fliegt hoch ein ja könnte was werden da passt der klasse es gibt noch eine ecke noch mal eine gute gelegenheit eine super aktion das hat richtig gut da verlieren sie den ball